So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon GO. Wir wollen heute ein kleines Gewinnspiel machen, keine Ahnung. Wir wollen einfach einen Code rausgeben an die Community. Der Erste, der den einlöst, der hat gewonnen, der kriegt den. Mir wurde nämlich ein Code gegeben von Sarina. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber da gab es jetzt bei Google Play so eine Partnerforschung, die vier Seiten hat mit ein paar Items, ein paar Pokémon-Begegnungen. Das ist ganz cool. Man hat auch ewig Zeit dafür. Das kann man im Play Store, wenn man Play Points hat, von zehn Play Points im Play Store einlösen als Angebot für Pokémon GO selber, wenn ihr keine Play Points habt. Oder sagt, ihr gebt die nicht dafür aus. Könnt ihr den Code von hier dann aber verwenden? Den zeige ich euch dann. Möchte euch aber erstmal ganz kurz zeigen, was da drin ist, die einzelnen Seiten. Und was ich rausbekommen habe. Also Dankeschön an Sarina nochmal. Die hat mir auch schon das Event-Ticket hier für das Go-Fest gegeben. Für das in New York, wo wir hier dieses Wasser-Event haben. Danke dafür. Da gab es ein Video. Und ich muss das nutzen, dass die Bildschirmaufnahme gerade läuft. Hat mir das wieder abgescreent, weil ich zu tun hatte, weil alles stressig war. Aber ich sehe, vielleicht kommen wir jetzt bald wieder zurück zu alten Qualitäten, wenn man das so nennen kann. Partnerforschung für Google Play Points in Pokémon GO verfügbar steht alles da. Hat sie mir hier so einen Code geschickt, ne? Habe ich mich bedankt. Bin ich hier gleich rein. Auf dieses Niantic Rewards habe ich gegoogelt. Bin auf diese Seite gekommen, wo du die Angebote einlösen kannst. Das mussten iOS-Nutzer ja schon immer über die Seite machen. Die Android-Nutzer hatten eigentlich im Shop unten ein Feld, wo sie Promocodes eingeben können. Das geht jetzt nicht mehr. Alle müssen also über die Niantic Rewards-Seite die Angebote einlösen. Ich habe erfolgreich eingelöst. Und dann habe ich diese Forschung bekommen. Partnerforschung. Google Play Points 1 von 4. Endet in 57 Tagen. Lande 20 Curveball-Würfe. Fange 30 Pokémon. Verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker. Gibt es 3 Pokémon. Und nochmal Rauch, ein Glücksei und goldene Himibeeren. Das habe ich dann erstmal fertig gemacht und geguckt, was ist da jetzt drin? Da war ein oranges Flabebe drin mit 3 Sternchen. Noch ein Flabebe mit 3 Sternchen. Und noch ein Flabebe mit 3 Sternchen. 448 war also das Beste. Das zum Schluss. Dreimal das gleiche Pokémon hier. 6. 7. Siebter gefangen Meiningen. Seite 2. Verwende 20 Bären beim Fangen von Pokémon. Fange 12 verschiedene Arten von Pokémon. Erkunde 5 Kilometer. Gibt es Knuspeleber und Top-Tränke. Da sind auch wieder 3 Pokémon drin gewesen. Das habe ich gelöst. Erkunde löst und dann Skungapu bekommen. Ein riesiges in XXL sogar. Könnte man aufheben, falls mal ein stinkender Showcase ist. Hat 3 Sterne. 480. Hier haben wir eins. 2 Sterne mit 465. Und hier nochmal 469. Auch mit 2 Sterne. Also das erste war das Beste. Und das Fetteste das Größte. Dann sind wir schon auf Seite 3 gekommen. Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon. Besiege 5 Team-Go-Rocket-Rüpel und verdiene 2 Bonbons. Durchspazieren mit deinem Kumpel. Oh, ich glaube ich wollte die Kryptos auch zeigen, die ich besiegt habe. Habe ich glaube ich jetzt gar nicht abgescreent. Können wir vielleicht gleich noch im Spiel machen. Sind wieder 3 Pokémon-Begegnungen drin. Eine Brutmaschine. 20 Superbälle. 20 Hyperbälle. Wenn du das abholst, hast du da drin Kapuno. 434. Da habe ich sogar gelbe Beeren genommen, dass ich mehr Bonbons rauskriege. 434. 450. Was direkt ein 96er auch ist. Mit 15, 13, 15. Also das ist ganz cool. Und nochmal 435. Waren dann die 3 Encounter hier drin. Dann bist du weitergekommen auf die letzte Seite. 4 von 4. Da ist schon alles fertig. Da hast du hier 3 mal Sticker. Und nochmal 10.000 Staub. 10.000 EP. Und noch eine Pokémon-Begegnung. Jetzt möchte ich fix rüber gehen. Direkt in das Spiel. Im Spiel mir jetzt hier die Punkte abholen. Die Sticker abholen. Glücksei. Nein. Sternstück. Nein. Heben wir uns alles auf. Gucken uns die Pokémon-Begegnung an. Und hier ist ein wildes Knarbon. Konnte man in letzter Zeit ja sowieso etliche brüten. Das war ja auch das Highlight, glaube ich, aus dieser Forschung. Also wer nicht so mit viel Eier brütet oder irgendwas und kann sich für 10 Playpoints jetzt ein Knarbon holen. Warum nicht? Fangen wir mal. Gelbe Beere. Bewerten wir es mal. Hat auch 3 Sterne. 302 WP. Ihr könnt immer reinschreiben, wenn ihr die Forschung gemacht habt, wie gut eure es war. Wie viel WP das hatte. Das hat hier 13, 15, 10. Dann ist diese Forschung auch fertig. Das ist auch abgehakt. Das hier hat ja sowieso jeder. Aber das dauert 10 Tage. Hier ist egal. Hier muss ich noch nie ein Extra-Video machen. Und lass mich mal kurz hier reingucken. Hier gab es noch einen Spezialtausch mit Borki. Von dem weiß er aber noch nichts. 3 Sterne Reikwarzer. In Glücksshiny. 13, 15, 14. Reicht mir noch nicht. Ich suche immer noch eins, was ich zur Mega-Entwicklung machen kann. Ich möchte mindestens 15 Angriff. Das würde ich jetzt nicht machen. So, was wollte ich denn jetzt aber machen? Ich wollte, glaube ich, Krypto eingeben. Steht hier nicht da. Krypto. Krypto. Und dann haben wir 5 Stück Warns. Die 5 hier wohl, die ich gemacht hatte für die Aufgabe. Können wir uns auch kurz nochmal angucken. Skungapu mit 0 Sternen. Dann haben wir Driftlon. 0 Sterne. Wir haben Watzapf. 0 Sterne. Wir haben Damirplex. 3 Sterne. Mit 2 Werten sogar auf 15. Aber da machst du halt auch nichts mit. Und Kanimani. Der kleine Ismo. Ob der zum Geburtstag kommt? Ich weiß es immer noch nicht. Er fragt alle 5 Minuten. Steht das jetzt mit dem Geburtstag? Datum steht. Location steht. Alles steht. Ich werde nicht schlau aus dem Typ. Das ist Kanimani. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Denn, ich habe ja gesagt, das ist der Code, der mir gegeben wurde. Den hat Sarina für 10 Coins eingelöst bekommen. Mir gegeben. Also ist ja 10 Playpoints eingelöst, um diesen Code zu generieren. Das kann man einmal pro Account. Und ich habe dann geguckt, wie das funktioniert. Bin auch reingegangen. Habe mal geschaut. Ihr könnt in den Google Play Store gehen. Drückt auf eure Playpoints. Und dann stehen Angebote, die ihr einlösen könnt. Und so sah das bei mir auch aus. Exklusive Mitglieder. Partnerforschung. Einmal pro Account einlösbar. Kannst du nutzen. Habe ich hier dann gemacht. Ich habe 74 Playpoints gerade. Nutze die E für nichts. Habe 10 Stück eingelöst. Und dann habe ich hier diesen Gutschein-Code bekommen. Das ist der Gutschein. Das ist der Code, den müsst ihr eingeben in euer Niantic Rewards-Seidenfeld, um diese Forschung zu kriegen, um dieses Knabon zu kriegen. 2DJZWF9S4LXNU. Ich wiederhole, 2DJZWF9S4LXNU ist aber nur einmalig einlösbar. Ich kann auch nicht nochmal einen Code mir holen. Ich gebe meinen Code an euch. Der Erste, der den Code eingibt, der kann den nutzen. Und der kriegt diese Forschung, wenn man zurückgeht. Ich habe ihn auch in dem Gespräch noch 20 Mal reingeschrieben. Aber muss so reichen, muss so reichen. Pausiert das Video, schreibt es euch auf, macht sonst was. Bitte, derjenige, der den Code eingegeben hat und die Forschung gekriegt hat, schreibt bitte mal einen Kommentar und sagt, danke für die Forschung, du alter Hautdegen. Da weiß ich genau, wer den bekommen hat. Danke an Sarina, dass du mir deinen gegeben hast, dass ich das hier zeigen konnte, weil das nicht jeder hat, dass man das nicht verpasst. Ihr könnt euch natürlich selber diese Forschung abholen. Wer aber keine Points hat, der kann sie, ja, kann sie verschenken an andere. Oder wenn ihr sagt, ja, ihr braucht die nicht, dann gebt mir die kurz. Ich packe sie in den Community-Tab rein und wir verteilen sie an die Zuschauer. Können wir auch machen. Danke, peace out for out, euer Ramses und ciao. Danke, peace out for out, euer Ramses und hoer Ramses und hoer Ramses und hoer Ramses und hoer Ramses.